Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Battlefield 4 und das nehme ich direkt von der letzten Runde auf und ja, irgendwie habe ich gerade richtig die Aufnahme Lust, also würde ich mal sagen, wir spielen jetzt mit diesem Panzer hier, mit den Schützenpanzern und schauen mal, was hier los ist, wieder auf dem Altai-Gebirge, ich denke mal, hier wird das doch ganz gut gehen, also sind da jetzt mal ein paar mehr, ja, ein paar mehr als ein bisschen mehr sind das jetzt als letztes Mal, also als bei der letzten Runde, aber da waren ja extrem wenig. Ja, den habe ich Headshot gegeben, sehr schön, nichts da, nichts da, so, ich werde da jetzt hinrennen und ganz fix den Bomber schnappen, oder hat das jetzt schon ein Teammate gemacht, ja, scheiße, na gut, egal, wieder in meinen Panzer rein, aber oh Alter, die haben, also die ist eben erst angefangen, ich habe kurz noch die Outer-City-Datei hier die Effekte drauf gemacht, was weiß ich, Bassverstärkung oder so, ja, weil mein Headshot, das ist einfach, halt, das hört sich halt komisch an jetzt, also ich mache das jetzt immer mit Bassverstärkung, was weiß ich, ich kann ja mal ein Tutorials machen, auf jeden Fall mache ich das jetzt hier nicht mal ohne, hört sich einfach besser an, würde ich sagen. Na komm, ja, siehst du wo, ich habe noch die Hälfte des Lebens und ein Service-Double bekommen, nice. Oh, wie leise ich gerade war, ich war voll am Konzentration, oh mein Gott. Nice, nice, Alter, richtig gut. Mein Teammate, nee, doch nicht gerettet, okay. Das Ding will ich aber nicht mehr hier haben. So. So, hier irgendwo ist doch bestimmt ein Feind, ne? Guck mal, da ist ein Heli. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Mann? Und Roadkill. Nice, Alter. Das muss auch manchmal gehen, natürlich. Oh Mann. Boah. Krass, ey. Ich bin fast down. Okay, die Hälfte habe ich noch. Ich regeneriere jetzt gleich. Hoffentlich ist jetzt noch keiner gespawnt, ja, kein Feind. Ich denke aber locker, hier ist locker einer gespawnt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die immer spawnen. Guck mal, da hinten ist doch einer. Da. Okay. Ja, komm, komm, da kann ruhig ein Feind rein, los. Ein Feind. Ein Feind in den Kampfeind. Oder ich gehe jetzt da rein. Ja. Guck mal, da ist noch ein Gegner. So, und jetzt rein hier. Let's go. Okay, das ist eigentlich scheiße ohne Schütze, aber... Manchmal hat man das Glück und man wird nicht sofort gegeiert und so halt. Aber... Ich denke mal, das geht schon. Ich habe jetzt einen Schütze, sehr gut. Und ich bin jetzt der Squad Leader. Das finde ich nicht so schön, dass wir nur noch zwei im Squad sind. Das werde ich gleich ändern. Werde ich gleich das Doppelte machen oder bestimmt das Dreifache. Ich nehme hier einfach das Squad wechsel. Hat das einen Panzer? Oh yeah. Oh yeah. Oh mein Gott. Mit der... Mit dem TOW. Mit dem TOW, ey. Würde ich gerne wissen, von wo ich anvisiert wurde. Ach so. Okay, wir müssen raus. Komm, schießt. 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 Oh man. Einer ist noch heil. Dann nehme ich den mit. So. Da ist da ja genau. B. Aber jetzt möchte ich schon der Squad ändern. Team Setup. Okay. Sind doch nicht so viele drin. Doch nicht das Doppelte. Schade. Aber besser als nur mit einem Squad, ne? Okay, da sind immer noch nicht so viele drin. Aber... Auf jeden Fall ausreichend. Dass man hier überall Gegner findet, ne? Los. Panzer, helf mir. Nice. Oh, alter. Darf ich bitte rein? Darf ich bitte rein? Oh, danke. Bitte erobern. Hat er da C4 dran? Am Panzer? Ist er blöd? Ne, was ist das? Was ist das für ein Kasten da drauf? Ne, das ist es gar nicht. Ja, ich check das nicht. Okay, ich reparier dich mal. Krieg auch schon EP, ne? Jede Punkte mitnehmen, die man nehmen kann. Oh, schnell rein. Von wo? Ah, da hinten. Okay. Was benutzt er da für eine Waffe? Das ist das normale Geschlecht. Oh mein Gott, überall sind Feinde. Ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. Mit für heute. Bis dann. Also nicht vom Video, sondern von den Typen. Wir waren lange beste Freunde, aber... Hat er das geschafft? Lol. Und, aber der andere... Ja, genau. Auf... Aber... Achso, das ist die Flak. Achso. Ja, dann hätten wir... Hätte ich gar nicht so eine Angst haben müssen, also. Ja, dann werde ich mir die jetzt holen. Die Flak, wenn ich noch weiß, wo die... Ach, siehst du, da bin ich doch schon. Schade, ne? Also, mir kannst du nichts, würde ich sagen. Es holen. So. Ich dachte schon, irgendwie der holt mich. Aber guck mal, die Flagge B wird gerade erobert. Mann, ich hänge fest. Und da ist noch ein Feind. Scheiße, die Eroberung ist echt hier. Einmal hier lang cruisen. So, ich hab keinen gesehen. Aus der Perspektive. Die sind bestimmt mit einem engen Haus. Angst, dass sie mich C4 holen oder so. Ach, da kommt ein Teammate angeflogen. Wir sind ein Superheld. Die Hilfe kann ich auch echt gebrochen. Und wie es aussieht, sind das mehr... Mehr als zwei Leute. Auf jeden Fall. Okay. Oh, lol. Jetzt bin ich so gut wie down. Egal, ich hab ihn einigermaßen damage gemacht, aber mich hat ein Windfahrter riskiert. Egal. Scheiß drauf. Lol. Wie wenig Leute hier einfach drin sind, ne? So, ab in den Kampfheli. Komm. Ist egal, wir regenerieren uns. Let's go, los. Ab geht's. Gerade hinten ist ein feindlicher Heli. Da. Ne. Doch, da ist... Da steht noch einer. Hoffentlich werden wir jetzt nicht geholt. Ey, Junge, der kann ja überhaupt nicht fliegen, oder? Also, das sieht mir echt nach einem Idiot aus. Wo war der jetzt? Der stand doch hier eben noch. Tja. Was hat er für eine Waffe gehabt? Pionier, okay. Aber, das hat sich nach einer halbautomatischen Sniper angehört. Und ich wurde zu einer Party eingeladen, na gut. Hoffentlich ist es jetzt nicht so übertrieben riesig zensiert. Hoffentlich. Hoffen wir das mal, ne? Weil die Playstation macht das nämlich so. Also, das ist, glaube ich, ein Deutscher, ne? Ja, ich kann jetzt gerade nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, steig ein. Ich will nicht fahren. Fahr du. Okay, dann fahr ich wohl doch. Willst du mit? Ja, will er. Okay. Dann fahren wir mal zu C. Das ist ein feindlicher Tank. Dann werde ich den mal fertig machen, würde ich sagen. Guck mal, der ist ausgeführt. Das ist so ein Idiot. So, den machen wir jetzt zusammen fertig. Zack, noch eine Rakete. Und jetzt noch meine. Zack, fertig. Aus dem Haus. Guck mal, da kommt schon das nächste Fahrzeug. Oh, jetzt bin ich aber down. Jetzt bin ich echt so gut wie down. Es sind viel zu viele Fahrzeuge. Das hätten wir vorhin mal schauen müssen, ne? Irgendwann tun wir das auch nicht mehr. Ach, guck mal, da ist er. Jetzt weiß er, wo ich bin. Geschossen. Nein. Oh mein Gott. Lauf. Lol. Noch verarsche ich ihn hier richtig. Hallo. Guten Tag. Tschüss. Nein, nein, nein. Ja. Oh mein Gott. Lol, ey. Wo ist er hin? Ja. Wir erobern, wir erobern. Wie geil ist das denn? Du wurdest befördert. Richtig gut, ey. Und direkt mal einfach noch schnell hier. Das Battlepack öffnen. Zack. Gold Battlepack. Ja, ja. Ist doch ganz gut. So. Ist das Fahrzeug jetzt hier nicht da? Nice, erobert. Linsen hier um die Ecke. Da ist er. Okay, der hat keinen Bock mehr auf mich. Der mag mich nicht mehr. So. Aber echt nett, dass die Spieler mich jetzt einfach in die Party einladen. Also das ist jetzt bei meinem Squad einer. Der hat mich in die Party eingeladen. Und. Ja, ist ganz lustig, ne? Vor allem die Funktion, dass es jetzt sowas geht bei Playstation. Ich mache hier mal die AA-Mien hin. Ich hoffe, dass da mal so ein Heli oder so kommt. Ne, ne, Laptop. Du machst jetzt nicht AFK-Mode. Guck mal, da oben kommt einer. Wo ist er hin? Ah, er ist schon tot. Haha, hahaha, hahaha. So, was hatte der hier für eine Waffe? Das war ein Aufklärer. Was hat er denn hier für eine schöne Sniper? Hat er da irgendwie ein Entfernungsmesser? Ne. Der hat aber sowas Schönes. Jetzt kann ich hier das machen und markieren hier. Ey, guck mal, der fliegt da schön lang. Bei meinen AA-Mienen. Okay, nicht ganz. Aber das ist dumm, ich kann nicht beide aufheben. Ich kann die nicht aufheben. Ich hab... Hä? Das kann ich gar keine mehr aufheben. Oder ist es einfach nicht angezeigt? Ne, keine Ahnung. Guck mal, da hinten ist einer. Loi, warte mal kurz. Hoffentlich liegt die Leiche dann noch, dann kann ich den auch wegsnipen. Na, scheiße. Okay, dann muss ich mal gucken, was ich gegen den tue. Ich denke mal schon, dass es ein Sniper ist. Ey, da ist ein Panzer gespawnt. Nehme ich lieber mal den Panzer, ne? Kann ich mich schneller fortbewegen? Oh yeah. Oh, da kommt ein feindliches Fahrzeug. Ja, pass auf jetzt hier. Bäm. Bäm. Komm her, du. Du Rotzbeutel. Oh mein Gott, das war so dumm von mir. Oh mein Gott, war das scheiße. Komm doch, ey. Komm doch. Ich weiß gar nicht, was du willst, ey. Mann. War das scheiße von mir. Ist er ausgestiegen? Ne, ist er nicht. Oh ja, klar. Wahrscheinlich, oder? Achso, ich dachte schon, der war hinter mir. Aber der war ja vor mir. So, dann muss ich ganz schnell cutten. Also, es geht sofort weiter. So, und weiter geht's. Ging ja richtig schnell. Und ich fliege mal mit den Heli, mit der Z11W. Mal gucken, ob ich jetzt hier nochmal einen wegfetze. Vor allem die da hinten, ey. Da muss ich mich auch rächen. Mann, ich hoffe, ich mach keinen Fail, ne? Ich hab da echt so vor Angst, ne? Dass ich irgendwie bei einer Aufnahme irgendwie Fail vergesse, das und das zu machen oder so. Guck mal, da schießt irgendeiner. Egal. Ich muss den Panzer da hinten zerstören. Mit meiner TUV. Okay, fast. Egal, die sind tot. Warte. Wow. Da werde ich schon wieder anvisiert, ey. Ohne Spaß. Die Leute mit den Stinger und so, ne? Ich bin richtig nervig. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Fuck, ey. Es tut mir echt leid, Steven, ne? Er lebt noch. Oh mein Gott, er lebt noch. Und ich bin Sunny. Warum? Egal. Alles läuft noch. Der Heli hat alles nicht gesehen. Doch, er hat alles gesehen. Aber jetzt weiß ich nicht mal, wo wir rausgechumpt sind. Dann nehme ich mal hier die... Oh mein Gott, lol. Warum schießt er auf ihn? Er hat uns doch nicht gesehen. Ja, viel Spaß alleine gegen ihn. So. Guck mal, da ist ein Feind. Hallo. Komm her. Trau dich. Mann, Mann. Ey, letztens ist mal auf dieser Map auch was richtig Geiles passiert. Also, ist glaube ich eigentlich scheißegal, welche Map. Ich hab mich auf dem... Also, da kam ein Panzer. Hab ich mich auf den Boden gelegt. Und dann ist er über einen Hügel gesprungen. Und der hat mich dann... Ähm... Der ist genau über mich rüber gejumpt. Voll geil. Der ist so... Der ist so... So, die Reifen waren links und rechts. Und dann ist er genau über mich rüber gejumpt. Aber er wusste trotzdem irgendwie, wo ich bin. Da hat er sich umgedreht und nicht gekillt. Das ist schon kacke. Wenigstens ein bisschen Damage, ne? Na? Schnell abhauen. So. Schön mobil, das Ding hier. Okay, ist auch ein Fahrzeug. Fahrzeuge sind mobil. Ich Idiot. Irgendwas schießt wieder auf mich. Das kann ja nur ein Heli sein oder so. Ne, das ist das Ding da hinten. Ernsthaft? Und von vorne auch noch? What the fuck, Alter? Ah, ey, hier. Die kleine Frechdachs. So. Das geht so nicht. Ich sollte mal abhauen. Komm, schnell über den Hügel. Oh mein Gott, ich sehe schon. Vielleicht werde ich die Runde sogar splitten. Und wenn ja, hallo, wir kommen in den zweiten Part, weil ich habe jetzt keinen Bock, jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde hochzuladen. Das dauert mir halt seine Zeit. Und das ist nicht so schön für mich. Okay, das ist, weil, ja, komm, ich glaube, ich habe den sogar gesplittet. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hm. Ey, da sind auch schon viel mehr Leute drin. Das ist cool. Und hier ist anscheinend kein Gegner, sonst würde ich das ja nicht erobern können. Okay, der muss mal gucken, wie er alleine klarkommt. Alter, drei Fahrzeuge. Spaß, ne? So. Noch rauber ich. Noch ist alles im Lot. Hm. Und, lol, was macht er denn? Egal. Los geht's. Cool, wir haben jetzt auch einen voller Squad. Das finde ich nett. Ey, noch ein Zer... What the fuck? Der zweite? Ernsthaft? Junge, was macht der? Das ist doch noch ein kleines Fahrzeug. Aber, lol, habe ich echt schon den zweiten Service da? So schnell? Ach, nee, das war ja... ...ein Service da, eben, für... ...für das Dingens hier. Für, ähm... ...den Schützenpanzer hatte ich eben geholt. Aber die leben doch, die Arschlöcher. Vielleicht nicht mal lange, ey. Guck mal, die brennen jetzt schon. Komm, fahr doch, Mann! Scheiß Ding. Ja, die stürzen ab, oder? Ja, die sind abgestürzt. Ne, die leben noch, oder? Sind die echt noch am Leben? Na, ich hoffe mal nicht. Man kann jetzt mal kurz Linsen gehen. Die reparieren dann sonst gerade. Mal gucken. Oh mein Gott, hinter mir. Warte, aber ich bin down. Super. Echt tolle, tolle Leistung von dir, Mann. Tolle Leistung. Ich bin Sunny, lol. Guck mal, doch. Oh, Mann! Du Wichser! Das ist doch nervig, ey. Wie die alle die ganze Zeit hinterher geiern, ey. Okay, ich bin auch ein Geier, aber... Naja, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen Bock hier runter zu cruisen, jetzt mein Fahrzeug stehen zu lassen. Aber mal kurz hier auch die Sache mal durchgehen. So, ich will hier wieder den Pionier. Mit dem Jet. Und dann... Ich glaube, ich habe ein stark... Also ein Geschütz, was stark genug ist. Und dann werde ich mal versuchen... Na, eben habe ich doch hier das Fahrzeug gesehen. Hey, ich muss schon sagen, mir macht das gerade extrem viel Spaß aufzunehmen. Vor allem, weil das jetzt so leicht geht. Also, okay, leicht ist es jetzt nicht. Ich mache das immer noch voll kompliziert, aber... Es ist einfach so... Ich kann jetzt die Videos einfach auf den Stick ziehen, ne? Vielleicht kann ich auch mal ein Tutorial machen zur Share Factory, weil das ist ja auch neu. Müsst ihr mir einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wissen wollt. Share Factory ist ein Videoprogramm, also so ein Programm, womit man so... Auch so rendern kann und so. Das ist auf jeden Fall geil. So etwas gefällt mir ja richtig. Ich mag ja gerne Videobearbeitung auch. So, jetzt mache ich hier den... Auf den Heli noch ein paar Raketen schießen, ne? Oh Gott, ey. Fast abgestürzt. So. Du entkommst mir nicht. Okay. Er schafft das anscheinend, doch zu entkommen. Ich muss darauf achten, dass ich den richtigen Heli abballere. Also, der da ist es nicht. Der hier links... Der ist ja irgendwo links lang geflogen. Weiß es nicht, wo. Weißt du was? Der kriegt jetzt auch nochmal zwei reingedrückt. Und nochmal hier so mit meinem schönen MG. Zack. Fast down. Nicht gucken? Keine Ahnung. Der ist locker down. Der ist auf jeden Fall down, oder? Oder so ein Fahrzeug. So, 8 Damage gemacht. Das bringt natürlich gar nichts. Also, war unnötig. Okay, auf Fahrzeuge kann ich nicht schießen. Das ist schon mal geklärt. Lol. Fast gegen den Berg geflogen. Da ist der nächste Heli. Boom. Boom. Und mit der MG nochmal ein bisschen. Zack, 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 zack. Und schon ist er down. Schon können sie den nicht mehr gebrauchen, oder? Ja. Rausgejumpt. Oh, komm mal. Hier ist der Kampfhelie. Der nächste. Hier irgendwo. Da oben. Der ist schon auch down. Oh, nice, Alter. Alle feindlichen Flugeinheiten sind schon so gut wie down. Okay, nicht alle, aber die meisten. So. Nächster Flug. Nächster Anflug hier. Hier waren noch ganz viele Infanteristen. Kann ich da ja ein bisschen raufschießen. ? Ich bin ich sicher. Warte, wenn ich sicher komme. Ich bin ein bisschen raufsch Uni. Wo ist, wenn ich da ja ein bisschen raufschden. Ich bin ich... Warte, wenn ich mega raufschям. Ich bin alles. Und dann bin ich ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Vielen Dank.